So, moin meine Leute, zum hier und ja, das ist jetzt ein schön unprofessionelles kurzes Infovideo. Ich habe mich gerade heute kurz auf meiner Weihnachtsfeier hier ausgeklinkt mit der Familie und wollte eigentlich nur kurz sagen, euch alle natürlich frohe Weihnachten, ein schönes Fest oder allgemein schöne Weihnachtsfeiertage. Bei mir auf dem Kanal wird es die nächsten Tage etwas ruhiger sein, da ich auch über die Feiertage etwas weniger Zeit habe. Mein Bruder möchte auch gleich was sagen, einen Moment. Auf jeden Fall kurz die wichtigen Informationen zuerst, und zwar Man Evil 4 War ist jetzt fertig. Das heißt, das ist auch erstmal vorbei, also da wird auch erstmal für die nächsten Tage kein Ersatz kommen. Unepic läuft nochmal weiter. Also Unepic läuft jetzt über die Feiertage, bis ich fertig bin, ich weiß nicht wie lange es noch geht. Das andere Projekt ist wie gesagt fertig, dann muss ich ja gucken, wie es weitergeht. Und ja, ich hoffe auch, dass Bild einigermaßen schafft. Mein Bruder will noch was, willst du auch mit ins Bild? Ja, ich will auch was sagen. Mein Bruder möchte auch mit ins Bild. Ich will sagen, frohe Weihnachten, YouTube, zum Wohl. Gut, hau rein. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Und ja, ciao.